Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem erneuten Video auf meinem Kanal. Heute starten wir nochmal rein in die zweite Runde. Wir haben vorhin schon den Trio Cash Cup EU gespielt, der hat sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht mit den Jungs. Und danach haben wir nochmal Late Game Arena gespielt, sehr, sehr geil gewesen. Und jetzt haben wir einfach gesagt, komm, machen wir auch noch den NA East Cup zusammen. Einmal mit Crystal und mit Rest, die beiden sind Semi-Pros, einmal 42k Earnings und 1,5, ne? War das, Rest? Ja, 1,2. 1,2, oha, er redet sich noch nicht mal. Ich war auch noch Dings, ich war 9 Monate quit, das ist so eine Ausrede. Ja, okay. Du bist auch schon ziemlich gut, muss man ja auch sagen. Wir starten rein, 10 Runden, Chat. Wünscht uns ganz, ganz viel Glück. Und dann würde ich sagen, viel Spaß mit den Highlights. Kuss, 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 kuss. Komm runter. 1,2, minus 9. Oh mein Gott, das ist leck zu hart. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Da drinnen, da drinnen, noch einer, noch einer, noch einer. Ja, ja, ja. Geh auf den, ich gehe auf den, ich gehe auf den, ich gehe auf den. Spray, 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 spray. Der trägt ihn, der trägt ihn. Spray, 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 spray. Warte, hier, nimm die Mats, nimm die Mats. Oh mein Gott, ein Brack ist gemacht. Minigun, Minigun, von oben. Ich bin 1, ich bin 1. Ich bin auch. Ich habe 500 Mats, ich habe 500 Mats. Komm unter mir. Nein, du boxt. Ich bin draußen, draußen, draußen. Kommt runter am besten. Einer ist direkt neben euch. Die droppen komplett, die droppen komplett runter. Nein, ich packe den Boden. Ich bin tot, ich bin tot. Top 3, Top 3, ich bin. Schade. Nein. Ich habe so viele Kills gemacht. Ich habe 8 Kills, 8 Kills. Let's go, baby. Fahr rein, fahr rein, fahr rein, fahr rein. In die Holzbox. Fahr weg, fahr weg, fahr weg, fahr weg. Wechsel Auto. Nein. 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 Das war's. Bin ich. Nein. Egal, schnell raus. Wir haben immer noch genug Zeit, genug Games. Ja. Was habe ich hier gerade gespielt? Bleib unten, bleib unten. Geh weiter unten. Geh los, geh halt. Ich bin nicht. Geh hoch. Geh hoch, geh jetzt hoch. Komm ins. Geh hoch. Geh hoch. Geh hoch. Geh bis rein. Geh hoch. Geh hoch. Oh mein Gott, ohne Treppe hinter dir! Pass auf, pass auf, lass mit drin! Da hat ich Loot! Wau, wau, ein Loot mit! Ne, geh rein, geh rein, geh rein! Willkommen auf Placements, Bau bonten! Geh von unten rein, geh von unten, geh von unten! Geh auf, muss ich keben! Ich hab grad ne Stair gebaut, Digga! Ich mach ein Edit auf, will grad in die Zone gehen, sofort bin ich in der Box drin, sofort! Ne, ne, ist so verbuggt, Mann, ich schwöre! Hey Jungs, wir spielen auf 110er Ping, alles gut! Komplettes Trio! Komplettes Trio! Komm her, komm her, komm rein! Du musst direkt runter droppen und rein! Komm hier rein! Du musst direkt runter droppen und rein jetzt, bei uns! Ich geh, ich geh außen, du musst drinnen! Fahr weg Digga, fahr weg! Deine ist Wohnen hier, ne? Ihr müsst bauen gleich, ihr müsst bauen gleich! WTF? Digga, steigt aus, steigt aus, steigt aus! Ich hab Splashes, kommt hierher, kommt hierher! Ich hab den Cone! 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 Er hat keine Mets! Er hat keine Mets! 50 Volt! Das sind nur andere, seine Mets sind so. Nice. Keine Mets. Reload deine... Hin dich, hin dich. Denk, äh... Geh mir Mets, geht's. Bist direkt unter mir, natürlich. Allah. Nice. Ja, Digga, es macht keinen Sinn, Digga. Anonym-Modus ist halt klar, Digga. Ich schieze uns nicht mit Canapun, ich kann nicht mehr'n Ding, ich kann nicht mehr schießen. Wie viele Punkte für Dins für PR? Mit uns? Ja. Ich fahre alleine dort. wissen was ich machen könnte ich kann eigentlich die karte ich setze mich hier einfach auf den beifahrer ich wollte nicht nur 77 das andere kommt wieder jetzt geht es geht jetzt geht es geht jetzt geht es geht vor am besten ist ganz rechts was damit geht das ja geht dann da ganz richtig die wohnung wahrscheinlich sollte dies kann man so griffen bitte der zweimal 100 der griff weiter der spieler ist es ist das schon gekommen oh mein gott nicht der spaß der gold ist was bekommen zu sehen die kann das wieder sein genau das habe ich gerade genau das ist einfach mal kurz noch mal hier den kompletten frust auslassen ich habe das so oft schon gesagt und mal wieder wir dürfen jetzt nicht die leistung jetzt mit uns allerdings so das müssen wir vergessen was passiert es hat nichts mit skills zu tun das ist einfach nur lex dann nehmen wir rechts nein ich bin aber sein eine box machen sie noch über uns oh mein gott kommt raus kommt raus kommt raus wieder zurück zurück oh mein gott wir kaufen ich will was eine schelle zwei leute auf heiz und einer blogger und solo aber holt das ding nach hause ich hab's dir doch auch gesagt jungs wir machen doch nur back to back to back to back wins ja